Da draußen ist nichts. Hello? Gibt Dinge, die sind größer als wir. Warum gefällt es Mama nicht auf der Erde? Wie kommt es denn da auf? Es gibt aber auch Dinge, die sind sehr viel kleiner als wir. Und die brauchen dich. Hatten Sie Kontakt mit Ihrer Frau vor dem Abflug? Kamen Sie Ihnen irgendwie komisch vor? Ich liebe dich. Ich hab mit Mama gesprochen. Paula? Sie hatte oben was gefunden. Es war die immer gleiche Botschaft. Es kommt etwas zu uns. Aber die macht schnau. Ich pass auf dich. Ich weiß. Hallo? карtelein. Ich bin voll das. Ich bin voll och probant. Ich habe die Vorher die Ausbildung.